Heute stehen uns gleich zwei dicke Remakes ins Haus. Eines der größten deutschen Entwicklerstudios hört auf, Spiele zu entwickeln. Und die ARC-Entwickler verschieben das Spiel, das ihre Fans eigentlich über die letzten Verschiebungen hinwegtrösten sollte. Moin zusammen, Lenny hier mit den News. Ich hab noch immer Muskelkater vom Möbel schleppen für Kollege Paul und gestern Abend irgendwie 50 Folgen Bluey geguckt. Dicke Empfehlung an diejenigen von euch, die da draußen Kinder haben. Aber genug von blauen Cartoon-Hunden und hinein ins tiefe Blau des News-Ozeans. Während bei Skull & Bones gerade alles danach aussieht, als würde das Spiel so im Hafen ankommen, entwickelt Ubisoft bereits das nächste Piraten-Game. Und das ist ein alter Bekannter. Wie Kotaku aus anonymen Quellen erfahren haben will, ist ein Remake zu Assassin's Creed Black Flag aktuell in Arbeit. Das Seeräuber-Abenteuer ist einer der beliebtesten Ableger der Reihe und Fans hoffen schon lange auf eine Neuauflage. Die steht laut Kotakus Quellen nun auch ganz am Anfang ihrer Entwicklung. Es sollte also eine Weile dauern, bis wir das Remake spielen können. Mit dran arbeiten wird ein Team bei Ubisoft Singapur. Das Studio, das Ubisofts Ozeantechnologie schon für die Original-Version ordentlich vorangebracht hatte. Und ja, auch das Studio, das sich jetzt immer noch an der Entwicklung von Skull & Bones die Zähne ausbeißt. Momentan lässt sich noch schwer sagen, wie genau das Team die Open-World-Segelei in die Neuzeit bringen will. Denn Ubisoft wollte sich auf Anfrage von Kotaku nicht zum Remake äußern. Auch wenn Kotakus Quellen normalerweise verlässlich sind, offiziell bestätigt ist also nichts. Assassin's Creed Black Flag erscheint ursprünglich 2013 für PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One und Wii U. Das Spiel erzählt die Geschichte des walisischen Piraten Edward Kenway, der Anfang des 18. Jahrhunderts auf den westindischen Inseln unterwegs ist. Im Vergleich zu den früheren Assassin's Creeds legt Black Flag seinen Fokus stark auf den Kampf mit anderen Schiffen auf hoher See. Bereits seit 2017 sollte dieses Feature von Ubisoft Singapur zu ihrem eigenen Piraten-Simulator Skull & Bones ausgebaut werden. Doch das wurde jetzt bereits mehrere Male verschoben aufgrund von internen Problemen bei Ubisoft Singapur und dem Ubisoft-Konzern als Ganzes. Aktuell ist eine geschlossene PC-Beta für August geplant. Wie Kotaku aus einer internen E-Mail erfahren haben will, arbeitet das Team in Singapur dafür gerade Überstunden. Wir tauschen die Assassinen-Kapuze gegen einen Cowboy-Hut. Denn das nächste Remaster steht vor der Tür. Red Dead Redemption, der Western-Klassiker aus dem Jahre 2010, könnte noch dieses Jahr mit aufpolierter Grafik für die aktuelle Konsolengeneration erscheinen. Zwar gibt es noch keine offizielle Stellungnahme von Rockstar selbst, aber immer mehr und mehr Hinweise darauf treten ans Tageslicht. Erst Anfang letzter Woche hat die südkoreanische Altersfreigabe-Organisation Red Dead Redemption neu bewertet. So etwas passiert eigentlich nur, wenn ein Publisher das eigene Spiel zur Bewertung vorlegt. Außerdem hat der gut vernetzte Spielejournalist Colin Moriarty in seinem Sacred Symbols-Podcast erzählt, dass ein Insider konkrete Beweise für die Existenz des Spiels gezeigt habe. Welche erklärt er dabei aber nicht. Die Liste an Beweisen für einen Red Dead Redemption Remaster wird immer länger. Aus dem südkoreanischen Prüfbericht geht hervor, dass man die Körper seiner Gegner wohl verstümmeln kann. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Zombie-Erweiterung Undead Nightmare im Remake enthalten sein wird. Ob das Remake auch für den PC erscheint, ist noch nicht sicher. Hier werden wir wohl auf die offizielle Ankündigung warten müssen. Red Dead Redemption erschien 2010 für die PlayStation 3 und die Xbox 360. Auf dem PC ist es nie erschienen. Bis heute zählt das Spiel als Meisterwerk und streit mit einem Metascore von 95 Punkten. Der Flop von Herr der Ringe Gollum war einfach zu viel. Das verantwortliche Studio Daedalic Entertainment schließt nun seine Entwicklungssparte. Wie das Magazin Games Wirtschaft berichtet, wird sich das Team aus Hamburg in Zukunft nur noch um das Publishing von anderen Entwicklern kümmern. Selbst wird man keine Spiele mehr produzieren. 25 der aktuellen 90 Angestellten werden entlassen. Die Arbeit an einem weiteren geplanten Herr der Ringe Spiel, die 2022 begonnen wurde, wird eingestellt. Gollum war zuletzt die aufwändigste Produktion, an der Daedalic jemals gearbeitet hat. Mit einem Metascore in den niedrigen 30ern, monotonen Spielmechaniken und einem schlechten technischen Zustand ist die aber leider so katastrophal gescheitert, dass sich Daedalic öffentlich entschuldigt hat. Trotzdem sei man dankbar für die Zeit und die lehrreiche Erfahrung. Daedalic ist einer der bekanntesten deutschen Entwicklungshäuser. Für Spiele wie Edna bricht aus, The Whispered World und die Deponia-Reihe wurde das Team mehrfach ausgezeichnet. Mit ihrem auf die Packung gedruckten Wahlspruch von den Leuten, die Monkey Island gut finden, verhalfen sie dem Adventure-Genre in Deutschland zu einer kleinen Renaissance. Doch leider steht es schon seit 2020 schlecht um das Studio. Die Umsetzung von Ken Folletts Erfolgsroman Die Säulen der Erde als Erzähl-Adventure wurde ebenso ein Misserfolg wie der frühzeitig eingestellte Strategie-Titel A Year of Rain. So mussten bereits vor zwei Jahren die Daedalic-Niederlassungen in Nordrhein-Westfalen und München geschlossen werden. Seit April 2022 gehört Daedalic Entertainment außerdem zum französischen Publisher Nacon. Das ARC Remaster Survival Ascended wird verschoben. Das gab das Entwicklerteam von Studio Wildcard in einem Post in den ARC Community Foren bekannt. Ursprünglich noch für den August vorgesehen, erscheint die aufpolierte Version des Dino Survival-Spiels nun erst im Oktober 2023. Das ist insofern ironisch, als dass die Neuauflage ursprünglich mal als Lückenfüller geplant war, um die Wartezeit auf das ebenfalls verschobene ARC 2 zu verkürzen. Eigentlich sollte es als Bundle mit der Vorbestellung von ARC 2 verfügbar sein und schon das war ein Aufreger. Denn erstens, weil man ARC Survival Ascended nur im Vorbesteller-Bundle bekommen hat und zweitens, weil Wildcard-Mitgründer Jeremy Stieglitz im Januar noch groß verkündet hatte, dass das Remaster komplett kostenlos sein wird. Der Zorn der Community darüber war erwartbar groß, so groß sogar, dass Studio Wildcard bald darauf zurückruderte und dann doch ein Standalone-Release geplant hat. Der fällt jetzt aber auch weit weniger umfangreich aus als versprochen. Maps, die ursprünglich direkt Teil des Remasters sein sollten, erscheinen nun später. Dafür wird immerhin der Preis abgesenkt. Statt den ursprünglich angedachten 60 Euro wird das Survival Ascended nun 45 Euro kosten. Beziehungsweise sogar nur 40 in den ersten Tagen nach Veröffentlichung. Ob das ein angemessener Preis für ein unfertiges Remake ist, müsst ihr selbst entscheiden. ARC 2 erscheint den Entwicklern zufolge, derweil irgendwann im nächsten Jahr. Wer bei Call of Duty cheatet, kriegt bald Halluzination. Um gegen Cheater vorzugehen, bannen die Entwickler nicht nur, sondern bauen auch sogenannte Mitigations, also Linderungen, ins Spiel ein. Die sollen die Cheater beschäftigen, während alle anderen in der Lobby ihr Spiel genießen können. Die neueste davon heißt Halluzination und ist genau das, was man sich darunter vorstellt. Wer schummelt, sieht in Zukunft Spieler, die gar nicht da sind. Laut Team Ricochet, der Cheater-Polizei bei Call of Duty, können reguläre Spieler diese Köder weder sehen noch mit ihnen interagieren. Aus der Sicht der Cheater wirken sie aber wie ihre echten Opfer. Das Spiel wird diese Halluzination in der Nähe von verdächtigen Spielern aufstellen. Interagieren diese mit ihnen, geben sie dadurch selbst preis, ein Cheater zu sein. Schon vor einiger Zeit hatten wir euch über andere dieser Anti-Cheat-Maßnahmen berichtet. Denn abgesehen von den Halluzinationen lässt eine andere, reguläre Spieler für Cheater unsichtbar erscheinen oder setzt den Schaden, den sie austeilen, auf Null. Eine der witzigsten entwaffnet wortwörtlich die Spieler, die illegale Software benutzen, so dass sie sich nicht gegenüber anderen wehren können. Team Ricochet nutzt diese Mitigations, damit sie Cheater besser beobachten und Daten über ihre Software sammeln. So schaden sie anderen Spielern nicht und die Entwickler können wiederum besser diejenigen bannen, die ähnliche Software benutzen. Aller Bemühungen zum Trotz klagt die Community auch weiterhin über viel zu viele Cheater in Warzone und Modern Warfare 2. Erst im Juni hat der Team Ricochet über 1500 Cheater gebannt und weitere Bannwellen angekündigt. Und das waren die News für heute. Freut ihr euch auf die angekündigten Remaster? Welches alte Spiel würdet ihr gerne in einer Neuauflage sehen? Und habt ihr schon mal was von Bluey gehört? Sorry, als jemand, der seine Bachelorarbeit über Kinderserien geschrieben hat, bin ich da ganz begeistert. Wenn nicht Bluey, dann schaut doch einfach bei unserem blauen Kanal weiter. Entweder hier, unser Testvideo zu ParkBeyond oder das hier. Das hat der Algorithmus extra für euch rausgesucht. Hey, und wenn ich schon mal dabei bin, möchte ich euch auch noch um ein Abo für den Channel bitten. Kommt schon, das tut doch nicht weh. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin!